So, hallo. Eigentlich wollte ich Kirby aufnehmen, aber jetzt hat es mich doch etwas erstmal hier hingezogen. Ich hoffe, ich schaffe rechtzeitig noch Kirby-Folgen. Ähm, ja. Äh, ja. Es ist, es ist, es ist, ja. Es gibt keine Ausrede. Es ist, ich spiele gerade lieber Fortnite, es tut mir leid. Ähm, gucken wir mal, ob ich das, ich muss das schaffen, sonst, naja, wäre doof. Oh, oh, die neuen wöchentlichen Aufträge sind am Start. Okay, die können wir uns gleich mal durchlesen. Ah, die wollte ich jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich nur ein bisschen hier kurz ein paar Runden spielen. Ähm, Vorratslieferung finden, okay, kriegen wir hin. Lebensmittelkist 0 von 3, kriegen wir hin. Und eliminiere einen Gegner mit einer 2-Schuss-Rotflinte. Okay, muss ich finden und dann halt hinkriegen. Sollte aber machbar sein. Was ist denn jetzt wöchentlich alles passiert? Booste mit einem Kugler in einen Rollbrocken und löse ihn dadurch los. Ja, okay, das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Muss auch nicht jetzt sofort sein, hat Zeit. Mit mindestens epischen Fernkampfwaffen. Also mindestens, äh, lila. Fernkampf. Zweimal. Kriegen wir hin. Mit einer 2-Schuss-Rotflinte-Kopfschüsse. Okay. Kriegen wir auch hin mit der Zeit. Es ist ja alles, es ist ja alles ewig Zeit dafür, ne. Es ist ja nicht, dass es jetzt sofort sein muss. In einem Kugler in den Windkanal bei der Kuglerachterbahn. Okay, keine Ahnung was das ist, aber die Kuglerachterbahn ist auf jeden Fall hier. Und äh, wollte ich nicht. Und der Windkanal ist auch irgendwo da. Den sieht man jetzt hier nicht so gut. Da, da ist der. Da ist der. Ja, da kommen wir easy rein. Das ist, das ist gar kein Thema. Okay. Jähte Unkraut bei Realitätssetzlingen. Fünfmal. Läuft auch praktisch automatisch, könnte man sagen. Müssen wir halt so unseren Bäumchen und Unkraut jäten. Oder auch bei anderen Unkraut jäten. Das muss nicht bei unserem sein. Das geht überall. Lass dich von Geysiren in die Luft schleudern. Okay, die gibt es nicht überall. Die gibt es scheinbar nur hier. Gut. Kriegen wir aber auch hin. Einfach reinlaufen und hochschleudern lassen. Oh, und da ist der Greifhandschuh. 50 Meter durch die Luft, ohne den Boden zu berühren. Okay. Zehnmal. Okay. Den gibt es, soweit ich weiß, da. Irgendwo, ich glaube, da war der oder irgendwo, irgendwo an so einem Ort jedenfalls. Vielleicht war es auch, doch, ich glaube, das war da. Da war auf jeden Fall so bunt alles. Das war, da war alles so bunt, wo es den gab. Und das war so einem Flussende, Dings. Vielleicht war es auch da. Aber viel weiter drüben war es nicht. Irgendwo hier, irgendwo hier war der. Ich denke da, aber nee, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, das sieht man jetzt nicht so deutlich, wo das war. Aber irgendwo da gibt es den Greifhandschuh. Vielleicht gibt es den auch an mehr Orten. Kann ja sein. Okay. Ja, wöchentlich ist nicht so wichtig. Verfolgt man nebenher so ein bisschen immer mal. Ähm. Für heute wichtig die täglichen. Und Schnipsdinger finden, könnte man weiter verfolgen. Aber ich denke, das geht so automatisch. Ach so. Ich sehe das auch gerade. Masken sind dann nochmal was anderes als Arme, oder wie? Ach so. In Sleepy Sound gibt es dann für den Arm zum Beispiel Resti-Marken. Und Kopf ist, ah, dann gibt es praktisch wahrscheinlich überall Resti-Marken. Wenn ich jetzt alles, also wenn ich jetzt alle, wenn ich jetzt hier alle aufmachen würde, wäre wahrscheinlich überall einfach ein Ausrufezeichen. Und man würde überall Resti-Marken finden. Ja, und die, okay, die, die anderen gibt es auch alle noch gar nicht. Okay, also Resti-Marken machen wir auch nicht gezielt. Da laufen wir einfach drüber mit der Zeit oder auch nicht. Gut. Dann haben wir genug uns vorgequatscht. Wir gehen, wir gehen rein. Ich pausiere und wir sehen uns gleich wieder. Okay. Wir starten gleich los. Ah, ich glaube, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Waffe, die ich brauche, ne? Zwei Schuss, genau, Schrotflinte. Das wäre eine, die ich brauche. Okay. Nur, dass wir gleich mal gucken, wie die aussieht. Okay, ähm... Wenn wir schon direkt über die Wave Cave fliegen, würde ich fast sagen, machen wir da ein bisschen die Kugler-Geschichten. Warum nicht, ne? Dann haben wir gleich ein bisschen was erledigt. Warum nicht? Ich hoffe, es steigen nicht zu viele bei der Wave Cave aus. Wir werden sehen, wer alles aussteigt. Ah. Ah. Ah, wird schwierig. Ich glaube, wir sind hier nicht alleine unterwegs zur Wave Cave. Und da ist der Windkanal. In den soll ich rein. Und da sind die Kugler. Aber da drüben sind auf jeden Fall die Kugler. Da können wir hier schon mal landen. Ja, das sollte meine Kug... Das sollte mein Kug... Ich hab mir einfach meinen Kugler geklaut. Jetzt bin ich hier. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Jetzt bin ich hier einfach. Und hab fast nix. Oh, nee. Oh, nee. Das ist doch scheiße. Ich bin tot. Ich treff nicht. Was ist falsch mit mir? Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass das gut geht. Holy moly. Oh, haben wir schon so eine Doppelschuss-Dings? Ne, hier sind Striker Pump ganz was anderes. Schade. Aber wir haben gelernt, hier kriegt man... Hier kriegt man Zeug. Oder... Äh. Wir sind im Gebiet. Das ist auch witzig. Weil jetzt glaube ich, das haben jetzt schon einfach alle Kugler, die Kugler haben wollten. Ich hab keinen Kugler. Das ist doch Müll. Mann, ich wollte doch nur einen Kugler. Und da drüben noch Kugler? Aber vor allem, meine Energie ist auch richtig scheiße. Oh, aber da will ich nicht runter. Was bist du? Ah, das ist die gleiche. Okay, Kiste. Oh, erstmal, erstmal. Okay, erstmal hier. So. Wo ist die? Ach, da oben wahrscheinlich. Ja, okay, okay. Ja. Kann man mal mitnehmen. Gibt es auch Schild oder nur Energie? Ah, okay, es fällt auch Schild auf. Ich bin gar nicht da. Munitionskiste. Okay, das hört man natürlich, ne? Hm. Munitionskiste. Also, das hat alles noch nicht so funktioniert, wie ich das wollte, muss ich gestehen. Ich will, äh, komm ich jetzt hier weg? Hilfe? Komm ich hier nochmal hoch? Hallo? Komm ich da rüber? Jo! Okay, das ist so ein Windkern. Ach, das ist so ein Windkanal. Dann kann ich da gar, kann mir da gar nichts passieren. Achso. Was mache ich mir denn da schon wieder Stress? Völlig grundlos. Lol. Äh. Wait, what? Da hieß es verstecken. Ich habe nicht... Oh, okay. Das geht von einem zum anderen. Das ist ja auch witzig. Hier kugeln sie alle rum und ich habe keinen. Das ist doch scheiße. Überall kugeln sie rum. Oh, das kann man austauschen, ne? Ah, das ist die... Ich bin blöd, das ist die... Ich habe die schon in grün. Ich habe die ja schon in grün. Das bringt gerade alles überhaupt nichts, was wir hier tun. Ah. Sollen wir mal reingehen in die Wave Cave? Okay, wir holen mal hier noch ein bisschen Munition und so Kram. Oh, und eine Kiste. Eine Kiste nehme ich mir auch nochmal gerne mit. Ah, die ist da drüben, da. Aha. Oh, blau. Okay. Ähm. So. Ach, das ist die gleiche. Mann, dass ich das immer nie erkenne, ne? Schlimm. Äh, hier, Taste. So. Okay. Halt, die mit ihren scheiß Kugeln. Ich will selber Kugeln. Ist das die Waffe? Ja, das ist die Doppelding. Mit der muss ich töten. Okay, wenn ich es schaffe, mit der zu töten, hätten wir eine Mission. Da ist noch eine Kiste. Okay. Ah, ich habe schon sechs Stück. Na, wenn wir jetzt mal kurz gucken. Aufträge, dann war das... Eliminiere einen Gegner mit der Zweischusschrotflinte. Genau. Das ist die hier. Mit der muss ich einen erledigen. Okay, dann versuche ich das zumindest jetzt irgendwie hinzubekommen. Und ich habe gerade gesehen, hier wäre jemand zum Quatschen. Da. Da gehen wir auch mal schnell hin. Wir gehen mal schnell quatschen. Dann haben wir eine Person mehr, mit der wir gequatscht haben. So. Hier ist was los. Überall Party. Na, das ist natürlich alles schon geplündert hier. Klar. Aber wir können unser Schild noch auffüllen. Nice. Geht sogar ganz gut. Da sind wir schon fast voll. Äh, Karte. Okay, wir sind... Wir bleiben sogar im Bereich. Auch das ist ganz gut. Okay, Schild ist voll. Nice, nice, nice. Na, dann gehen wir wohl mal Party machen. Ich hoffe, vielleicht finde ich noch eine bessere Waffe, aber... Wie komme ich jetzt in die Höhle zum Party machen? Muss ich da... Ich meine, ich bin sicher, die hat mehrere Eingänge. Die wird nicht nur einen Eingang haben. Also, da unten käme wir natürlich rein. Aber vielleicht auch... Guck mal da... Wir gehen mal da hoch. Oh, beziehungsweise... Oh mein Gott. Ist das gesund, hier runter zu springen? Ist das Wasser oder ist das tot? Ach, da sind Hunde. Ich wundere mich schon, was sind das für Geräusch? Geht das gut? Oh mein Gott. Das ging gut, aber nicht so, wie ich... Also, puh. Nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Uiuiuiuiui. Geht aber noch jemand zum Quatschen? Okay, wir quatschen kurz. Aber so, wie sich die... So, wie sich die Zone entwickelt, findet halt hier drinnen dann die Party statt, ne? Wobei, die können auch weiter nach außen wieder gehen. Die können auch wieder deutlich nach außen gehen, die... Die nächste... Wir werden es gleich wissen. Ey, was ist das hier? Ist das... Das ist die bessere, ne? Nein, ist es nicht. Schade. Das ist immer meine Hoffnung, dass ich die... Ey, vor allem das Witzige ist halt, ich könnte halt auf die Dinger schießen, aber das bringt mir wahrscheinlich nichts, ne? Weil es sind halt zu wenige. Wo muss ich dann hin? Ah, schießt es scheiße, die ist außen. In einer Minute geht die rauf. Nein, wir müssen hier weg. Okay, wir müssen hier weg. Das hilft nix. Oh, sind es Lebensmittelkisten? Ich muss drei öffnen. Hier sind einfach drei. Das ist ja Gold gewesen. Das war ja ein Goldfund. Stark. Okay. Ich frag mich nur gerade, wenn ich mich jetzt hier zu lange aufhalte, komme ich überhaupt wieder normal raus? Also gibt es hier einen leichten Weg raus, oder muss ich... Muss ich da kompliziert laufen und laufe dann in die Zone rein? Was ich nicht will. Ich glaube, ich muss da auf... Ja, ich glaube, ich muss... Ja, ja, ich glaube, das ist schlecht, was ich mache. Gibt es hier einen leichten Weg raus? Aber jetzt geht die Zone zu. Ja, perfekt. Oh mein Gott, perfekt. Nicht da rein? Okay. Oh mein Gott, perfekt. Scheibenhonig. Schade. Schade. Jetzt hinter dem Baum, ne? Oder runtergerutscht. Wahrscheinlich runtergerutscht. Hat der gecheckt, dass ich geholfen habe? Oh. Oh, haben die sich gegenseitig erledigt? Da liegt auf jeden Fall ordentlich Loot rum. Die Frage ist, kann ich mir das holen, ohne dass was passiert? Das ist jetzt aber die bessere. Oh ja. Sehr gut. Sehr gut. Das ist die bessere. Na ja, ist eine andere, aber ist egal. Ist auch gut. In jedem Fall. Vier Leute noch. Ich hab'n bisschen bedenken, hier so offen rumzulaufen, ehrlich gesagt. Das ist nicht so die beste Idee. Geh' mir nicht auf die Nerven jetzt da unten, Kollege. Bleib, wo du bist. Wo schießen die? Das war auf jeden Fall weiter weg, also ich glaube, ich bin noch relativ safe. Oh mein Gott. Ach geht's. Ey, kann doch nicht wahr sein. Ach lol. Gegner als Gegner. Der Wolf zählt als Gegner. Du kriegst die Tür nicht zu. Das hat gezählt. Das hat für die Mission gezählt. Der Wolf zählt als Gegner. Witzig. Oh, ich glaube, den hat's erwischt. Ja, komm ran. So, jetzt hätten wir's auch gehabt. Nur noch einer übrig. Es ist nur noch einer übrig. Scheiße. Komm schon. Yes. Huh. Ey, und das hat auch gezählt als eliminiere Gegner mit mindestens epischen Fernkampfwaffen. Das hat auch gezählt. Oh mein Gott, wie gut. Das hat einfach alles gezählt. 65.000 EP. Was ne Runde. Oh. Was ne Runde. So. Vor allem, die hat so doof angefangen mit meinem Kugler-Fail. Und dann ist die so weitergegangen. Voll gut. Oh mein Gott. Besuche im Verlauf eines Matches benannte Orte. Ach so, die einfachen Namen haben. Ja, okay. Vier Stück. Passiert relativ automatisch. Die Vorratslieferungen haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber irgendeinen Auftrag braucht man noch. Oder mit einem Hammersturm gewähltes Gegner erledigen. Zwei Stück. Okay. Ey. Ah, sick. Welchen haben wir jetzt gerade gemacht? Ach so, jetzt steht es. Jetzt sieht es. Sieht man, welche wir erledigt haben? Die sind jetzt einfach schon weg, ne? Die sind jetzt einfach schon weg, die wir erledigt haben. Hier, Kopfschuss habe ich auch geschafft. Schon eins von fünf. Aber dieses, genau. Dieses mit dem epische, mindestens episch. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ja, nice. Oh mein Gott. Ja, perfekt, Iko. Oh, jetzt sind wir der Typ. Ja, okay, alles klar. Ich habe ja Zufall eingestellt. Dann passiert es auch, dass wir mal der Typ werden. Warum nicht? So. Ich mute mich und wir sehen uns gleich wieder. So. Ich will ja mal M drücken für Entmuten. Aber das ist natürlich Quatsch. Okay. Weiter geht's. So. Ich würde gerne meine Kugler-Mission wieder angehen. Vielleicht klappt es ja diesmal, einen Kugler zu bekommen. Menschenskinner. Ab dafür. Oh, guck mal. Mein Name ist jetzt so golden im Chat, weil ich wahrscheinlich die Krone aufhabe. Sick. Ich denke, so viele wollen da gar nicht jetzt rüber. Deswegen werde ich ganz gute Karten haben, da in Ruhe zu sein. Ich darf ja nur nicht wieder die Kugel klauen lassen. Das ist alles. Oh, das ist ein bisschen... Ey, wir landen perfekt. Ey, wir landen perfekt. Naja, fast. Und trotzdem brauche ich natürlich erst mal Waffen. Das ist klar. Du kannst eine Siegeskone jederzeit aus dem Inventar fallen lassen. Ja, warum sollte ich das tun wollen? So. Kugel. Und dann da rüber. Ja, ich muss jetzt nur in den Windkanal reinkommen irgendwie. Ich muss irgendwie in den Windkanal reinkommen. Yes. Wir sind im Windkanal. Nice. Mission erfüllt. Okay. Und da oben ist so eine Kugel. Da oben ist so eine Kugel, die ich anstupsen muss. Dann haben wir das auch gleich weg. Perfekt. Jawoll. Sehr schön. So, dann holen wir uns kurz die Kiste hier. Oh, ja. Perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann gönnen wir uns gleich mal ein kleines Getränk. Okay. So, wo müssen wir hin? Ja, passt. Sind wir gleich in der Nähe. Wie sieht es jetzt mit Missionen aus? Kann ich gerade... Ist irgendwas in der Nähe, was für mich sinnvoll ist? Das ist automatisch... Ah, die Dings... Geysire. Komme ich da hin? Na, muss nicht sein. Ist ein bisschen... Wobei, wir könnten eigentlich... Ja, komm, machen wir es. Dann ist es weg. Die Zeit haben wir eigentlich auch noch, ne? Die Zeit haben wir auch noch. Machen wir einfach. Oh, da geht was ab. Scheiße. Will ich mich da einmischen? Ah, verdammt. Ja, da ist schon ein bisschen was los. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht so klug, mich da als einzumischen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist nicht so klug, mich da einzumischen. Ich glaube, ich sollte lieber abhauen. Warum tue ich es dann nicht? Keine Ahnung. Denn wo, 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 wo? Entweder mich hat einer gesehen oder es war Zufall, dass zu mir die Schüsse gekommen sind. Da ist einer ins Wasser gesprungen. Da ist einer ins Wasser gesprungen. Oh, wir probieren es. Die wissen nicht, dass wir da sind. Alter, richtig laut. Das wird es mir gelten, aber es gilt nicht mir. Sheesh. Oh, scheiße. Hast du spät gesehen. Fast zu spät gesehen. Haben wir mit der Person hier schon gequatscht? Weiß das jemand? Ja, ich glaube, mit der Person haben wir schon gequatscht. Ich glaube, die braucht man nicht. Oh, Maske. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ups, ich habe meine Waffe liegen lassen. Warum weiß ich nicht? Oh, weil es die gleiche ist. Ah, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Scheiße, ich muss zu meinem Kugler. Ich glaube, da drüben ist mein Kugler, oder? Noch eine Maske. Wie geil. Bist du sicher, dass du aus dem Wasser auf mich schießen willst, Kollege? Das war nicht so eine gute Idee, ne? Oh, ich habe aus dem Grund plötzlich eine Pistole, die wollte ich nicht, aber ist egal. Die wollte ich überhaupt nicht haben. Aber wenn man die Krone hat, kriegt man mehr EP, oder was? Ach, guck mal, wir sind auch direkt im... Oh, scheiße. Wir sind direkt beim nächsten Ding schon angekommen. Oh! Kiste! Öffnen. Wo ist die da drüben? Eine Minute 40, kriegen wir hin. Okay, die kriegst du da nicht mal kurz mit. Uh, das ist auch... Das ist deutlich besser als alles andere. Sehr schön. Okay, die automatische Schrotflinte... Ne, haben wir nicht mehr. Hatten wir. Lebensmittelkiste. Ja! Okay, da draußen geht was ab. Da unten läuft einer. Sehe ich den irgendwie noch? Weh... Ah, scheiße. Fuck. Okay, ich glaub, der checkt das einfach nicht, oder? Ja, okay, lassen wir. Lassen wir. Hab ich noch Zeit für die Kiste? Schwierig. Lieber nicht. Lieber nicht. Wir gehen lieber zurück in die Zone. Hab ich hier ne Kiste übrig gelassen? Ah, oben. Ah. Ist die Munition noch? Ja, okay, komm. Wir hauen ab. Aber wo ist die Person, in die ich da gesehen habe? Dass die jetzt da irgendwie gefährlich wartet, weil die mich bemerkt hat? Und ich diesmal sie nicht. Aber ich seh hier niemanden. Ey, das sieht okay aus. Da ist ne Tankstelle. Ne, da ist da aber auch niemand gelandet. Trotzdem muss die ja irgendwo hin sein. Ach, Tier. Was bewegen sehen, aber zwar... Oh, äh, wieso hab ich jetzt das Ding ausgewählt? Wollte ich nicht. Okay. Äh, dann kann ich die Markierung auch gleich wieder wegmachen. Die ist erstmal irrelevant. Kronenbonus. Ist es jetzt hier auch eigentlich ein Port? Ah, hier nicht. Hier ist es wirklich ein Verstecken. Interessant. Okay. Uh, da wollte ich das... Oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Ja, das war wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Das war blöd. Der Sprung. Oh, Zone ist woanders jetzt. Ah, scheiße. Vielleicht galt der Schuss auch nicht mir. Zumindest nähert sich niemand. Ich hätte gern mehr für meine Sniper-Munition. Aber die findet man immer so schwierig. Das ist die automatische Munitionskiste. Vielleicht habe ich Glück. Alles nur für die Schuh- und Fremde. Wo ist die Kiste? Ach, da oben. Komme ich da hoch? Ah. Munitionskiste erst mal. Wieder nix. Naja, es wird einfach nicht besser. Aber wir können mal den statt dem mitnehmen. So. Und dann erst mal abhauen. Ich hoffe nur, dass jetzt niemandem in die Arme renne. Das wäre nicht so geil. Scheiße. Ich glaube, die kann nicht kämpfen. Oder was ist da los? Jo, die ist einfach weg mit ihrem Arm. Okay. Okay. Was ist da los? Warum kann die nicht so? Okay. Wo ist die jetzt hin? Was hast du mir hübsches gegeben? Yes. Das ist die Brie, die ich brauche. Geil. Mit der muss ich Kopfschüsse machen. Aber wo ist die jetzt hin? Die geht voll gut mit dem Arm um, ne? Mit dem Arm kann die echt super hantieren. Aber die scheint nicht so aufs Kämpfen ausgelegt zu sein. Aber die ist weg. Da oben ist jemand. Scheiße. War vielleicht nicht meine beste Idee. War vielleicht nicht meine beste Idee. Die Person noch da oben ist die Frage. Und wenn hier... Da ist jemand drunter. Ist das die Person von da oben gewesen? Nein, da ist jemand. Ich hab... Boah. Bin ich erschrocken. Bin ich erschrocken. Okay. Okay. Puh. 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 Schisch. Ja, okay. Sie hat's auch erwischt. Ey, bin ich gerade erschrocken. Puh. Okay. 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 Heieiei. So, Level 26 sind wir schon. Ein Viertel haben wir schon über... Erreicht. Okay. Ach, wir haben hier noch nicht... Ach, gucke mal. Ach, siehst du die... Ich hab die Vorratslieferung vergessen. Ah, nee. Ich hab die Vorratslieferung vergessen. Naja. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ähm. Ich bin erstmal zufrieden. Wir müssen jetzt auch nicht jeden Part eine Stunde lang machen, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sag tschüss. 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 Ich habe eine Stunde lang, auf dem weinen. Ich bin ja.